Hallo Freunde, Willkommen zurück zu Panzer. Ja, wir befinden uns schon direkt in der Schlacht, weil das Aufnahmeprogramm nicht so wollte, wie ich wollte. Musste ich jetzt erstmal kurz. Ja, natürlich. Warum ey? Könnte ich überhaupt was? Ähm, ja in der letzten Schlacht, also Beispiel 2, schon in der letzten Folge hatten wir ja mitten in der Schlacht ein Disconnect, durfte ich mich jetzt erstmal einloggen jetzt und als Belohnung, dass ich ein Disconnect bekommen habe, ähm, ja, haben wir rein gar nichts bekommen. Mann, ich hasse die Leute ey, die sich nichts trauen ja. Ja, Disconnect bekommen, gerade eingeloggt und als Belohnung, habe ich gekonnt, nichts bekommen. Ja, und jetzt wie gesagt, gerade in dieser Schlacht, äh, hat das Aufnahmeprogramm gemacht, was es machen sollte. Ja, ja. Hass euch. Gut, haben wir nur noch zum Glück, dass wir einen Healer hier drin haben. Genau. Oh, ja. Ah, um... Uh, um... So, kann ich nämlich auch, blöden, 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 alter, da wurde ich von der Kanone weg und ich bin wieder so schlecht, naja, manche Maps liegen ja, manche Maps liegen ja eher nicht so, es ist ja wohl klar, hallo, ich hätte, würde gerne hier helfen, jetzt. Na, und wir haben eine Brücke gebraucht. Bam, Alter, komm, 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 komm. Da, la, 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 ja, und jetzt wird er abbauen, das ist super, du feige Sau, du, komm her, ja, ja, und einen Heiltrank trinken, du Pussy. Dann halt so. Weg, Alter, endlich, super, geil. Und das ist so geil, dass wir den Healer hier haben, genau. Alter, kriegt ihr überhaupt Schaden? La, 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 kannst du auch früh stehen bleiben? Alter. Dumme Fatze, ja, nein, nein, die fallen. Die blöden Fallen, das sind sie, Alter, das sind sie, sich so in den Schützbauern und dann, ja, genau. Eieiei, so schlecht wieder. Komm, stört, genau. BAM, BAM, BAM. Stürb, stirb, stirb. Stürb. Stürb, stirb. Sterb, nieuw, 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 nieuw! ja ihr habt alle nur weg alle nur weg und schuss alter nein egal was trotzdem so schlecht naja hauptsache wir gewinnen und das ist die hauptsache naja so gut bin ich zwar nicht jetzt die auf der map trotzdem eine schöne belohnung bekommen den letzten kämpfer die waren ja echt totaler rotz alter geil alter oder mir schon gewonnen hallo ja wir haben schon gewonnen geil das dürfte eine schöne belohnung geben wenn das wolfs agro aktiv ist werden alle feinde mit der schlechten gesundheitdienstbums da aktiviert au backe what the fuck leute das war ein grandioses match so freunde dann sehen wir uns in der nächsten schlacht und in der nächsten schlacht gibt es ein level up mein name ist dummy und ich sag tschau